Heute bereiten wir pikante Bratäpfel zu. Dafür brauchen wir 4 Äpfel. Den Deckel abschneiden, entkernen und das Fruchtfleisch herausnehmen. Nun nehmen wir den Slicey, setzen das Hackmesser ein und geben 2 Toasts hinein und 150 Gramm Gorgon Sola. Den Barmix aufsetzen und das Ganze schön vermengen. Jetzt gebt ihr noch 1 bis 2 zerteilte Äpfel hinzu. 80 Gramm gewürfelten Speck, 2 Esslöffel Creme Fraiche und alles noch einmal gründlich vermengen. Die Äpfel nun in eine eingefettete Backform geben und mit der Gorgon Sola Masse befüllen. Jetzt setzt ihr noch den Deckel auf und lasst das Ganze bei 180 Grad 35 Minuten backen. Fertig sind die pikanten Bratäpfel. Fertig sind die Masse. Die Äpfel nach Sola Masse befüllen. Und die Mühre und die Mühre und das Ganze bei 100 Gramm.